Ja Freunde, endlich ist es soweit, die Ali-Therapiert-Folge, worüber wir vor einigen Videos mal gesprochen haben. Zusammen mit Gazi47 ist endlich online. Wie versprochen, werden wir darauf reagieren und uns das Ganze reinziehen. Kann sehr, sehr interessant und spannend werden. Und was gibt es Besseres, wie zu so einer Folge ein lecker Kaffee gemacht von der süßesten Maus, süßesten Prinzessin dieser Welt. Ich sag euch ganz ehrlich, der Kaffee, den sie macht, schmeckt tausendmal besser wie der eigene, den ich mache. Das Ding ist jetzt dort. Mein drittes Tattoo-Studio eröffnet. Ah, okay, wahr. Und da ist auch eine Pacing-Aktion. Okay, langsam wird es lächerlich. War trotzdem eine sehr, sehr interessante Folge. War mal wichtig, da reinzuhören, um mal komplett die Sicht von Gazi zu dieser ganzen Thematik irgendwo auf dem Schirm zu kriegen. Soviel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt frühen, denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastag.